Der Kelpi Der Kelpi ist ein übernatürlicher Wassergeist, der besonders in schottischen Volksglauben verbreitet ist. Es ähnelt dem sogenannten Wasserpferd, das in Küstenregionen und Lochs leben soll. Der Kelpi jedoch lebt in fließenden Gewässern, wie Flüssen oder Bächen. In Gestalt eines Pferdes, manchmal mit Fischschwanz, verspricht es Wanderern, diese über den Fluss zu tragen. Doch zieht das Wesen den Wanderer unter Wasser, um ihn zu fressen. Um dies zu vermeiden, muss man einen Schleier über den Kopf des Kelpi legen. Die Mythologien sind voll von Geschichten über Menschen, die von Kelpis gefressen wurden oder einen solchen entkamen. Allerdings habe ich nicht viele Informationen dazu gefunden. Was fällt euch noch zum Kelpi ein? Kennt ihr vielleicht ähnliche Geschichten oder ähnliche Wesen, die mit dem Kelpi vergleichbar sind? Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten, die euch dazu einfallen. Schreibt sie mir in die Kommentare. Ich freue mich aufs Lesen. Bis bald. Schreibt sie mir in die Kommentare. Schreibt sie mir in die Kommentare. Schreibt sie mir in die Kommentare.